Hallo und herzlich Willkommen zu The Sims 4 Speed Builds. Ich habe weitergebaut und diesmal habe ich ein wenig auf Pinterest gestöbert, um eine Idee für einen interessanten Grundriss zu bekommen. Und ich habe nie so richtig gewusst, wie ich am besten dieses kleine Türmchen da direkt neben der Eingangstür unterbringen sollte. Und ich glaube, im Endeffekt sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, ich muss halt noch üben. Hier habe ich dann zum ersten Mal versucht, wirklich einen guten Floorplan. Was ist das deutsche Wort für Floorplan? Flächenplan? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Grundriss. Grundriss ist das, oder? Ich glaube, Floorplan ist ein Grundriss. Ja, egal. Diesmal war ich eigentlich ganz stolz darauf, wie der Grundriss im Endeffekt ausgeschaut hat. Er ist ein bisschen verwinkelter. Ich mag ja ich persönlich, finde es total offen viel schöner eigentlich. Aber man will ja so ein bisschen variieren und sollte ja nicht immer kommentierlich aussehen. Und ja, der Grundriss ist ein bisschen hinterher gesprungen. Meine Story hinter dem Haus hier ist eigentlich eine... Wie sie schon von meinem Kind lässt sich nicht 100% nicht abladen. Äh, ich habe es nur im Zwischenspeicher als Single-Dad-Housed oder so bezeichnet, glaube ich. Im Endeffekt ist es in meiner Version ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern. Äh, es sind seine Kinder... Also die Töchter sind noch Kinder und der Sohn wäre ein Teenager. Und ja, die leben eben alle gemeinsam in diesem Haus hier. Oben sind dann die Kinderschlafzimmer, das Büro des Vaters. Der wäre nämlich Arzt, äh, in dem Fall. Und... Alle sind, äh, kreativ bzw. musikalisch und haben ein Bestremen in diese Richtung. Also... In der Gallery, also dort, wo ihr eben auch das, äh, Haus hier runterladen könnt, habe ich auch eine entsprechende Familie dazu erstellt. Also, wenn ihr Interesse habt und auch direkt mit der Familie spielen wollt, ist das an sich kein Problem. Okay, ich wollte es jedenfalls sehr gemütlich gestalten. Ach ja, und eine Katze haben sie auch. Manchmal kommt es mir so vor, dass ich Katzen nur dann erstelle, äh, wenn eine Wand ist, wo... Ja, Leere herrscht und ich keine Ahnung habe, was sich dort passieren könnte. Und ich versuche seit Ewigkeiten, das sieht man hier an diesem Tischchen, äh, die Lampe unterzubringen von Bowling Accessoires. Und irgendwie, ich weiß nicht, sie harmonieren die. Und ich hätte so gerne einen richtigen Flügel im Haus untergebracht im Wohnzimmer, aber da dann der Kratzbaum von der Katze gekommen ist, äh, war kein Platz mehr dafür. Und irgendwann muss ich auch mal kreativer werden, was die, äh, Theken hier angeht. Äh, aber ich weiß nicht, dieses Braun, dieses wirklich ein wunderschönes helles Braun, ich liebe es abgöttisch, in Kombination mit dem Weiß. Es ist so fröhlich, so schön, so warm, angenehm, torf, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ähm, ja, das ist eben eine Familienküche und ich habe dann auch hinten raus noch einen Garten gemacht. Äh, man kann natürlich auch, also man muss jetzt keinen alleinerziehenden Elternteil haben, man kann auch genauso gut, äh, eine normale Familie... Ich lebe normal, lächerlich, also man kann auch eine normale Familie haben, wo man alleine hat, das ist keine Frage. Äh, aber so Standard vielleicht? Ich weiß nicht. Aber man kann jedenfalls auch, äh, eine Familie mit zwei Elternteilen, sag ich mal, haben. Um das möglichst neutral zu formulieren, ist eigentlich auch kein Thema. Davon könnte auch einer, äh, am Gärtnern interessiert sein, denn ich habe dann hinten einen kompletten Garten gebaut. Diesmal auch nicht, diesmal habe ich ihn nicht bepflanzt. Also das könnt ihr dann selbst gestalten, wie ihr es haben wollt. Äh, am meisten... Also einer der Räume, mit denen ich am meisten, äh, gestruggled... habe... bin... Äh, mit dem ich am meisten Probleme hatte, war definitiv das, ich sag mal, Elternschlafzimmer. Also das unten, hier hinten beim Wohnzimmer. Denn irgendwie wollte es einfach nicht so recht. Ich habe versucht, probiert, umgestaltet und irgendwie... Ich weiß nicht. Ich war ständig unzufrieden damit. Und ich habe dann auch ein paar Mal noch die Wandfarben umgeändert, um es ein bisschen, äh, wärmer, fröhlicher zu machen. Der Gang hat mir im Endeffekt besser gefallen als erwartet. Also der Gang zwischen, äh, Küche und Wohnzimmer im Endeffekt. Obwohl dann auf der Seite auch der Musikraum ist. Ich habe die Küche nochmal vergrößert, damit das hier nicht so leer wirkt. Und am Anfang habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was kann ich hier bitte noch vernünftig hinstellen? Und im Endeffekt ist mir dann eingefallen, stimmt, ich wollte einen Hintergarten machen. Dann hat sich das eben gut angeboten, dass ich da die Tür habe. Dann wirkt es auch nicht so leer. Und den Musikraum habe ich einfach mal vorgestellt, also den Kunstraum vielleicht eher. Denn ich habe ja auch eine Staffelei. Äh, ursprünglich ist es nämlich so gedacht, dass der Teenagersohn nämlich eigentlich nicht unbedingt musikalisch ist, sondern eher, äh, ja, ein Künstler ist im Sinne von Malerei. Und ich weiß, äh, momentan ist das Zimmer so schwarz-rot, äh, weiß, relativ, äh, neutral gestaltet, sag ich mal. Habe ich auch wieder mehrfach umstellen müssen. Denn so wie der Tisch hier gerade steht, äh, klappt das leider gar nicht, dass der sich dann ins Bett legen kann. Aber, äh, wie gesagt, ich habe das Haus ja immer getestet. Und dadurch weiß ich dann auch nicht, dass es ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe dann aber nochmal nachgeschaut, wie die Familie eigentlich aussieht, die ich erstellt habe. Und dann waren die Farben, äh, rot, schwarz, weiß, irgendwie nicht mehr passen. Also das wird dann alles nochmal komplett umgefärbt. Das ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das Mädchenhaftere Mädchen. Ähm, das sind ja auch nichts Schlimmeses. Dazu sollte jeder das machen tragen, was auch immer, was man eben möchte. Äh, an sich ist es ja nicht notwendig, dass in jedem Zimmer ein Kleiderschrank etc. steht. Aber ich habe irgendwie, ja, Lust darauf gehabt, dass es möglichst realistisch ist. Und so gestalte ich einfach meine Sachen. Deswegen habe ich einfach auch Spielsachen auf den Boden gepackt. Ein bisschen künstliche Unordnung, sag ich mal, geschaffen. Das mache ich dann vor allem hier in diesem Zimmer. Ähm, mir war es wichtig, dass die Mädels beide dasselbe Bett haben. Also, wo halt in anderen Farben. Einfach so, Gleichberechtigung und so weiter. Äh, beide einen Schreibtisch haben. Äh, ich glaube... Sie war... Sie war... Also, ich... Warte mal, wie habe ich es gedacht? Ach ja. Ich glaube, die, äh, Schwester im blauen Zimmer hier. Sie ist eher so ein bisschen, äh... Tomboy-mäßig, aber ich weiß nicht. Ist hier immer so eine Sache, wie man das jetzt genau nennen will. Aber im Endeffekt zeichnet sie nicht, sondern sie spielen Musikinstrumente. Und, äh, die andere Schwester im lila Zimmer wäre dann eher so für... Wie nennt man das? Ja, sie zeichnet. Also so ähnlich wie der ältere Bruder. Wobei das eben alles flexibel ist. Im Schlafzimmer... äh, im Badezimmer stelle ich einige Sachen immer wieder um. Ich weiß nicht. Irgendwie, äh, ich kann nur komplett altmodische Badezimmer. Oder so richtig moderne. Ich meine, in dem Fall war es eigentlich absichtlich, dass es so richtig weiß und steril wird. Ah, haha. Jetzt wird alles umgefärbt. Ja, äh, ich habe nämlich festgestellt, dass der Bruder eigentlich, äh, so, ja, so braun Töne trägt und orange. Und da hat das einfach überhaupt nicht gepasst, dieses Schwarzer Zimmer. Achja, jetzt habe ich die Familie einziehen lassen, damit ich, äh, je nachdem welches Karriere-Level der Vater hat, die Objekte bekommen möchte, meine an sich. Äh, wäre das auch kein Problem gewesen, wenn ich das einfach frei heraus erstellt habe, sage ich mal. Aber das wollte ich eben nicht. Ich wollte dann wirklich das haben, was er haben kann. Und, äh, im Büro, was ich jetzt gerade eingerichtet habe, äh, habe ich absichtlich eine Pflanze auf die andere Seite vom, äh, also, man hatte den Schreibtisch, den Stuhl und manchmal passiert es dann leider, dass der Sim aufsteht, aber auf der falschen Seite aufsteht und dann einfach nicht mehr dann wegkommt. Und dann muss man ihn wegporten. Aus diesem Sonntag habe ich dann eine Pflanze hingestellt, dass er nicht aufsteht, sondern eben auf der richtigen Seite sich erhebt, sage ich mal. Ähm, und jetzt denke ich endlich einmal an Außenbeleuchtung. Ich bin total stolz auf mich, denn auf Außenbeleuchtung vergesse ich leider immer und immer wieder. Ich weiß nicht, warum ich da so unfähig bin. Ich muss mir irgendwann ein Reminder machen, dass ich darauf ja nicht vergesse. Äh, jetzt, jetzt entsteht gerade der Garten und ich mag den wirklich gerne. Also, ich finde, der ist ganz süß geworden. Also, so ein richtig putziger, heimeliger Garten. Ich wollte eigentlich eine große Wasserrutsche dann machen, aber irgendwie hat das platztechnisch dann nicht gepasst, leider. Ja, kann man nicht machen. Äh, jetzt hänge ich Gartenutensilien auf. Also, so wie Gartenschlauch und so, denn ich habe darauf immer wieder vergessen und ich muss dann immer wieder Filter reinpacken, damit es mir mal ein CC aussortiert, denn ich, wenn ich baue, äh, mache, habe ich einfach ungerne CC drin. Also, wenn ich für andere Menschen baue, nicht für mich selbst. Bei mir ist es eigentlich egal, denn ich nehme einfach so viel CC, wie ich haben möchte. Und das ganze Grundstück, also die ganze Landschaftsgestaltung ist so ein bisschen, äh, verweht, das ist übertrieben. Aber es ist einfach nicht so übertrieben ordentlich, sag ich mal, und es ist alles sehr blau und trotzdem aber warm und gemütlich. Also, ich weiß nicht, mir ist das eigentlich ziemlich sympathisch, das Haus. Ich habe das sehr, sehr gerne gebaut und ich bin total stolz, denn es ist, also für meine Verhältnisse, andere denken sich jetzt vielleicht, oh mein Gott, es ist überhaupt nicht oft runtergeladen worden, aber für meine Verhältnisse total oft. Ich fühle mich da total geehrt. Und, ja, eigentlich sind wir jetzt schon ziemlich fertig und jetzt kommen die Screenshots. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr es herunterladen. Bis nächsten Sonntag zum nächsten Speedbild. Ciao! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020